5 Gründe, die für einen Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern sprechen. Let's go! Ach ja, der 1. FC Kaiserslautern. Ein Traditionsverein, der in der letzten Saison nur knapp dem Abstieg in die Regionalliga entkam, dann werden die ja wohl kaum ein Jahr später um den Aufstieg mitspielen? Ja, richtig! Genauso wie der aktuelle Tabellenführer, der 1. FC Magdeburg, welcher ebenfalls einen Großteil der letztjährigen Spielzeit gegen den Sturz in den Amateurfußball gekämpft hat. Nun stellt man sich die Frage, wie konnte aus einem Abstiegskandidaten ein potenzieller Aufsteiger werden? Die Antwort gibt es jetzt. Grund 1. Trainer Marco Antwerpen Als Christian Titz das Traineramt beim Magdeburg übernahm, stand der Europa-League-Sieger von 1974 mit 21 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz mit drei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. Der FCM holte in den restlichen Spielen noch 30 Punkte und landete im Tabellenmittelfeld und ist nur ein Jahr später Tabellenführer der 3. Liga. Marco Antwerpen löste nach dem 22. Spieltag Jeff Saibene als Coach der Roten Teufel ab, die zu diesem Zeitpunkt auf Rang 16 mit einem einzigen Punkt Vorsprung auf den letztplatzierten VfB Leberg standen. Die Saison beendete der FCK mit 6 Punkten Vorsprung auf dem 14. Tabellenplatz und steht nun zusammen mit Magdeburg auf einem der beiden direkten Aufstiegsplätze. Zufall? Ich glaube nicht. Marco Antwerpen war fast jeder seiner Trainerstation erfolgreich. Stieg sogar mit Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga auf. Das Engagement bei den Würzburger Kickers kann man als Betriebsumfall bezeichnen. Natürlich ist allein ein neues Trainerteam kein Erfolgsgarant, dennoch hat man das Gefühl, dass Marco Antwerpen und Co-Trainer Frank Döbber zum 1. FC Kaiserslautern wie die Faust aufs Auge passen. Der Vertrag des 50-Jährigen läuft zwar zum Saisonende aus, aber dass er wie in meinem kleinen April-Scherz erwähnt, den Verein verlässt, ist aus meiner Sicht höchst unwahrscheinlich, da er selbst auch immer wieder betonte, wie wohl er sich in Lautern fühlt. Grund Nummer 2. Die Defensive Wie heißt es so schön? Der Stürmer gewinnt Spiele, die Abwehrmeisterschaften. Doch, stimmt das auch? In einem Kicker-Ranking der meisten weißen Westen der 3. Liga ging hervor, dass 10 der besten 16 Torhüter am Ende der Saison mit ihren Teams aufstiegen. Holstein Kiel und der Karlsruher SC scheiterten jeweils in der Relegation. Demnach gewinnt die Defensive nicht unbedingt Meisterschaften, aber eine gute Verteidigung ist für den Aufstieg unabdingbar. Aktuell stellt der FCK die mit Abstand beste Defensive, kassierte in 31 Spielen lediglich 18 Treffer. Zum Vergleich, letzte Saison spielte der damalige Stammteilhüter Aftus Bahic nur 8x zu 0 und die Roten Teufel bekamen 21 Gegentreffer mehr als jetzt. Der Grund für die Stabilität beim FCK sind zum einen der neue Stammkeeper Matteo Raab, der in seiner ersten Profisaison ein absoluter Rückhalt ist und deswegen auch nur in 15 Spielen hinter sich greifen musste. Zum anderen die 3er- bzw. 5er-Kette mit Alexander Winkler, Abwehrchef Kevin Graus und Neuzugang Boris Tomiak. Der 1. FCK des Laudern wirkt mit den 3 Innenverteidigern deutlich stabiler. Zudem können die Schienenspieler Hendrik Zuck und Philipp Herrscher ihre offensiven Qualitäten ins Spiel der Pfälse einbringen. Herrscher und Zuck kommen zusammen auf 24 Scorer-Punkte, das sind jetzt schon 5 mehr als in der kompletten vergangenen Saison. Grund 3. Kaum unentschieden In der vergangenen Saison stellte der FCK einen neuen Drittliga-Rekord auf, aber keinen, über den man sich freuen kann. Man spielte nämlich in 38 Ligaspielen 19 Mal unentschieden. In dieser Spielzeit steht man mit 9-Punkte-Teilungen um längend besser da als letztes Jahr. Noch zu Zweitliga-Zeiten hatten die Roten Teufel ein Problem, die Spiele für sich zu entscheiden. In der Saison 2014-15 verpasste man aufgrund von 14 Siegen, aber auch 14 Unentschieden den Aufstieg in die Bundesliga und unter Jeff Saibene kam man letztes Jahr in 21 Spielen 12 Mal nicht über ein Remis hinaus. Grund 4. Die Heimstärke Jeder Fußballfan kennt ihn, den Betzenberg und das Fritzwalder Stadion, die Heimstätte des FCK. Damals wollten die Bayern die Punkte per Post in die Pfalz schicken, um nicht auf Deutschlands höchsten Fußballberg spielen zu müssen. Doch die Zeiten hatten sich geändert und ein Sieg vor heimischer Kulisse wurde zur Seltenheit. Letztes Jahr gewann man lediglich 5 Mal, in den 2 Spielzeiten davor jeweils 7 Mal. Der letztjährige Drittligameister Dynamo Dresden hingegen gewann 12 Mal. Demnach hat der 1. FC Kaiserslautern nicht mal halb so oft zu Hause gewonnen wie der heutige Zweitligist. Unter Marco Antwerpen kam die Wende und man verlor seit seinem Amtsantritt im Februar vergangenen Jahres nur noch ein Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Logischerweise ist der FCK aktuell die beste Heimmannschaft und zur Zeit quasi unschlagbar, wie der 5 zu 1 Sieg gegen den MSV Duisburg nochmals untermauert. Und Grund Nummer 5. Die Transfers Ah, es ist Sommer, die Tage werden länger und der FCK steckt auf dem Transfermarkt zu. Und dies auch nicht zu knapp. Nicht nur der Verschleiß an Tränen ist in den letzten Jahren beim FCK immer weiter gestiegen, sondern auch der der Spieler. In der aktuellen Saison wurden 31 Transfers getätigt. In der 1. Drittligasaison waren es sage und schreibe 53. Eine solche Transferpolitik ist Gift für jede Mannschaft und den ganzen Verein, da dadurch keine Ruhe und vor allem keine Konstanz vorherrschen kann. Seitdem der Ex-FCK-Spieler Thomas Heng die sportliche Führung beim FCK übernommen hat, kehrte mehr Ruhe in den Verein. Man tauschte nach dem Fastabstieg nicht den kompletten Kader aus, im Gegenteil. Spieler wie Marlon Ritter oder Alexander Winkler, die in der letzten Saison überwiegend Rotationsspieler waren und schon mit einem Wechsel zu einem anderen Verein in Verbindung gebracht wurden, sind nun unangefochtene Stammspieler und mit Neuzugängen wie Mike Wunderlich, Terence Boyd und Boris Tomiak bilden sie das fußballerische Herz der Mannschaft. Ausgeliehene Spieler wie Daniel Hanslik oder Felix Götze wurden entweder langfristig oder für ein weiteres Jahr in den Verein gebunden. Im gestrigen Spiel gegen die MSV Duisburg waren 8 der 11 Spieler aus der Startaufstellung schon letzte Saison im Verein und waren dadurch an der historisch schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte beteiligt. Nichtsdestotrotz wurde der Kader zusammengehalten und punktuell verstärkt, was sich zur Zeit als die richtige Lösung herauskristallisiert. Das waren meine 5 Gründe, weshalb ich glaube, dass der FCK den Aufstieg in die 2. Bundesliga schafft. 2 3 3